Gerade vor kurzem hat Meta Lama 2 vorgestellt. Lama 2 ist der Nachfolger von Lama 1 und diesmal mit Absicht freigegeben worden von Meta. Und naja, es soll das mächtigste Open Source Large Language Model überhaupt auf dem Markt sein. Aktuell natürlich. Der Unterschied zum Vorgänger ist allerdings, diesmal hat Meta es a. freiwillig freigegeben und b. es ist auch freigegeben für kommerzielle Nutzung. Das heißt, Unternehmen können Lama 2 komplett lokal bei sich auf ihrem System laufen lassen und müssen keine Bedenken haben wegen irgendwelchen Unterlassungsanforderungen, wenn sie die Inhalte kommerziell verwenden. Das ist beeindruckend. Aber trotzdem, lasst uns da mal heute ein bisschen tiefer reinsteigen und uns auch mal angucken, wie wir Lama 2 direkt bei uns verwenden können. Denn mit GPT4All ist das tatsächlich sehr, sehr einfach machbar. Zunächst einmal, auch hier gibt es aktuell eine 7 Milliarden Neuronen Variante und eine 13 Milliarden Neuronen Variante, wobei das abgegradet werden soll in sehr nahe Zukunft auf 34 und sogar 70 Milliarden Neuronen. Der große Unterschied ist allerdings, was viele jetzt auch schon gemeint haben, durch die neuen Methoden, die jetzt hier bei Lama 2 im Einsatz sind, die beim Training zum Einsatz kamen, sind gar nicht mehr so viele Neuronen nötig. Also diese 100 Milliarden von ChatGPT3.5, die wir, oder 175 Milliarden, die es ja waren, die sollen jetzt schon relativ easy in sehr viel weniger reingepresst werden können, weil die Informationen sehr viel dichter gespeichert werden und dadurch soll das neuronale Netz hier auch in der Lage sein, zumindest mit ChatGPT3.5 fast mithalten zu können, habe ich mir sagen lassen. Es soll auch tatsächlich, wie gesagt, diese stärkere Variante geben und die soll dann eigentlich damit mithalten können, weil die Informationen eben komprimiert sind. Aber damit will sich Lama eigentlich gar nicht offiziell vergleichen, also Lama 2 natürlich, sondern sie vergleichen sich eher mit anderen Open Source neuronalen Netzen, also Large Language Models, die was ähnliches tun sollen. Und hier sagen sie, sie sind besser im logischen Denken, besser im Programmieren, besser in Sprachkenntnissen und besser im Wissen. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, was natürlich auch dazu führt, dass sehr viele in der Open Source Community jetzt gerade da noch sehr viel mehr hintendran sehen. Und irgendwie ist da sogar eine Kooperation mit Microsoft gerade im Gange, was ich wahnsinnig faszinierend finde, wenn man bedenkt, dass die eigentlich auch hinter GPT3.5 und 4 stehen. Also zumindest, wenn man von diesem Bild auf seinem Instagram-Account ausgeht natürlich. Und das Links, falls ihr nicht kennt, ist der Chef von Microsoft einfach, also der CEO von Microsoft. Und das ist schon aussagekräftig, weil, wie gesagt, die eigentlich auch theoretisch in Konkurrenz stehen. Praktisch bei Open Source eigentlich nicht so richtig. So, ganz kurz zu den technischen Daten. Also Lama 2, wie ihr hier sehen könnt, wurde auf 40% mehr Daten trainiert als Lama 1 und hat doppelte Kontextlänge. Das bedeutet, dass die Eingabe, die ihr geben könnt, doppelt so lang ist. Also wenn es davor, sagen wir mal, 1000 Tokens waren, sind es jetzt eben 2000 Tokens. Das ist bei GPT3.5 auf 4 ähnlich gewesen. Ich freue mich immer noch auf den Tag, wo ich dann tatsächlich mal den GPT4.32.000 Token-Kontext als API benutzen kann. Aber ich weiß noch nicht genau, wie lange dieser Tag hin sein wird. Naja. Genau. Es gibt, wie gesagt, diese drei Modelle. Aktuell 7 Billionen, Englisch, Milliarden auf Deutsch, 13 Billionen bzw. Billion und Milliarden Neuronen und eben das 70B-Netz. Gerade zu dem 70B-Netz, ich habe es leider noch nicht geschafft, das zu laden, weil meine Systemressourcen einfach nicht ausreichen dafür. Tja, schade, brauche ich wohl einen neuen PC, ne? Da hilft wohl nichts dagegen. Naja, auf jeden Fall, wir haben hier die Kontextlänge, steht sogar dabei, hätte ich lesen können, 4096 Tokens mittlerweile. Und pre-trained, also vorher trainiert, wurde es auf 2 Trillionen, also 2 deutschen Billionen Tokens, sprich Texten, die übrigens aus öffentlichen Ressourcen stammen. Ich habe mir das rausgesucht. Genau. Öffentlich verfügbare Datenquellen, sagen sie. Online-Datenquellen, sagen sie fast wörtlich. Was so viel bedeutet wie, ja, wir haben Daten genommen, die eigentlich jeder nehmen könnte und dementsprechend können wir das Ganze auch Open Source machen, auch wenn man diese Informationen wieder extrahieren kann. Das große Problem ist ja, wenn wir sensible oder private Informationen da reintrainieren, kann man die im Zweifelsfall auch wieder raus extrahieren. Also zum Beispiel, da hat es ja diesen relativ berühmten Fall gegeben, wo man aus ChatGPT Windows-Schlüssel raus extrahieren konnte, weil die halt irgendwie in den Trainingsdatensatz reingekommen waren. Was ein bisschen weird ist. Genau. Dann haben wir hier einmal Fine-Tunings. Das kann man mittlerweile aber auch selber machen. Also wir haben ja normalerweise immer erstmal das Modell, weil das ein neuronales Netz ist mit eben einer gewissen Menge an Parametern. Hier haben wir diese drei Varianten. Dann wird das Ding vortrainiert, sodass wir erstmal ein Netz haben, das mit Sprache umgehen kann. Und anschließend haben wir eben dieses Fine-Tuning auf den jeweiligen Datensätzen. Und das kann jeder aber auch nochmal für sich machen. Hier gibt es eine Fine-Tuned-Variante für Chat-Users, heißt es hier. Aber es gibt natürlich auch grundsätzlich feintrainierte Varianten, zum Beispiel für Python-Code schreiben oder zum Beispiel für C++-Code schreiben. Dann hat man dafür ein sehr, sehr mächtiges Netz, das man dann auch lokal bei sich laufen lassen kann. Und dadurch, dass die Modelle hier verhältnismäßig klein sind, kann man das auch verhältnismäßig gut auf seinem eigenen Rechner machen. Das heißt aber auch für euch, wenn ihr natürlich jetzt ein Netz benutzt, das feintrainiert wurde auf Python-Code, dann könnt ihr es nicht als Ich-Chat-mit-mein-besten-Freund-Netz benutzen, während jetzt das Chat-Netz vielleicht nicht so gut ist im Code generieren. Das vielleicht noch davor. Genau. Hier die Benchmarks, die ich übrigens sehr, sehr beeindruckend fand und auch sehr hilfreich fand, weil wir die natürlich... Grundsätzlich haben wir hier sehr, sehr viele Tests durchgeführt und hier wird verglichen mit den anderen Open-Source-Netzen. Hier hätte mich jetzt ein Vergleich mit GPT-4 interessiert, aber gut, das werde ich dann irgendwie selber mal recherchieren. Das wird aber ein separates Video werden. So, wir sehen hier, MPT-Falcon sind so die anderen beiden großen Netze in klein, 7 Billionen oder Billion. Und dann haben wir Lama 2, Lama 2 auf 13, Lama 1 auf 65. Lama 1 haben sie tatsächlich nur die ganz große Variante mit reingenommen. Wahrscheinlich wollten sie sich, dass man die schwache Variante mitvergleicht. Dann MPT mit 30 Milliarden, das sind die großen Varianten, und Falken mit 40 und dann eben Lama 1 und Lama 2 mit 70 Milliarden Neuronen. Und hier sehen wir auch, die Performance ist immer besser geworden. Das sind so einzelne Tests, mit denen man testen kann, wie gut ein Netz wirklich ist. Das heißt, hier sind wir bei 70 Prozent eigentlich quasi, hier sind wir bei 85 Prozent, wo wir wirklich sehen können, okay, es macht einen signifikanten Unterschied, ob wir Lama 2 jetzt in der kleinen Variante benutzen, hier die 7B, ob wir die 13B-Variante benutzen, oder ob wir dann die 70B-Variante benutzen. Das macht schon einen deutlichen Unterschied. Und aber auch natürlich bei MPT und Falcon. Und hier sehen wir eigentlich, grundsätzlich sind wir hier schon sehr, sehr gut, was die AGI, den kenne ich tatsächlich nicht. Okay, HelloSwag ist ein cooler Test übrigens. Genau, da haben wir 85 Prozent. Und ja, also natürlich gibt es noch Potenzial zur Verbesserung nach oben. Perfekt ist hier noch kein Modell, aber es ist zumindest beeindruckend. Und ja, wir sehen hier einige Partner, blablabla, das brauchen wir eigentlich nicht. So, also alles in allem ein kompetentes Netz, das lokal bei euch auf dem Rechner läuft, und das jeder einfach so für alle Zwecke frei einsetzen kann. Und das übrigens, ich finde leider die Quelle nicht mehr, aber ich meine gelesen zu haben, dass es eine Million Dollar gekostet hat, das ganze Tipp zu trainieren. Und jetzt wird es einfach Open Source freigegeben, was ich ziemlich nett finde, muss man sagen. Genau, aber sie sind natürlich auch nicht komplett uneigennützig. Es gibt schon einen Wettbewerb, wo man sich bewerben kann für gemeinnützige Zwecke und dadurch kommt natürlich auch Förderung zustande. Und dadurch wird das Netz wieder besser und, na, ihr versteht das Ganze. So, jetzt natürlich noch eine kurze Sache. Auch Lama 2 hat eine gewisse Form von, ja, Training dabei, dass man die Sicherheit, die in diesem Netz dabei ist, dass man die nicht so leicht umgehen kann. Und es soll wohl besser sein als Lama 1. Sprich, man kann es nicht so leicht umgehen. Und, ja, manche würden sagen, es ist besser zensiert. Also, dass ich jetzt nicht eine, ähm, das kann ich auf YouTube nicht sagen. Verdammt. Dass ich keine Anleitung zu einer potenziell gefährlichen Tat aus Lama 2 rausziehen kann. Ähm, zumindest soll das so sein. Wie genau das dann am Ende ist, wissen wir nicht. So, jetzt wissen wir aber zumindest mal, was das Netz ist. Jetzt wollen wir es noch natürlich installieren. GPT-4ALL ist im Endeffekt eine Anwendung, mit der ihr eine Art Loader für Chatbots habt. Mal so sowas wie eine grafische Oberfläche, die im Hintergrund mit sehr vielen, ähm, von diesen Netzen arbeiten kann. Und, ja, es gibt einige Netze, die direkt mitgeliefert werden. Zum Beispiel eben Groovy oder Wikuna. Ähm, die kann man sich direkt hier in der GUI einfach runterladen. Hier unter Downloads. Und dann kann ich hier einfach sagen, ey, Wizard oder GPT-4ALL Falcon. Ihr erinnert euch, Falcon, ne, das ist das Falcon, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe, mit dem wir es verglichen haben. Ist aber jetzt natürlich nicht mit, ähm, mit GPT-4ALL, äh, beziehungsweise mit Lama 2, äh, vereinbar. Oder es gibt es noch nicht. Wir wissen nicht, ob es vielleicht relativ bald kommt. Ich vermute eigentlich schon. Dann werdet ihr es hier einfach unter den Downloads finden. Für den Moment könnt ihr aber auch selber einfach dieses Netz darunter laden, wenn ihr wisst, wo. Und den wo habe ich euch mal mitgebracht. Es gibt hier nämlich mehrere, ähm, sehr viele Varianten von Lama 2. Wie ihr hier sehen könnt, generell, Lama, oder generell Open-Source-Netze. Gibt es so viele feintrainierte Varianten jetzt schon, dass dieser gute Mensch hier irgendwie über 500 Stück hat. Ähm, wenn wir bei ihm mal gucken nach Lama 2. Das sind jetzt die neueren hier. Vor drei Tagen, ja, nee, nee, das ist hier vor zwei Tagen upgedatet worden. Das vor zwei Tagen upgedatet worden. Und ich habe gestern mal ein bisschen was damit gemacht. Und wir sehen auch hier immer, ähm, für was die eigentlich feintrainiert wurden. Also hier haben wir zum Beispiel ein Lama 2 Chat. Das sind alles die Chat-Varianten. Während wir hier oben schon langsam in die Open-Assistent-Lama 2, ähm, 13b-Orca-Variante reingehen. Und das wird dann schon wieder ein bisschen was anderes sein. So, also es gibt sehr viele Varianten. Und es kommt immer darauf an, auf was man eben feintrainiert. Und da kann man auch eigene Varianten einbauen. Grundsätzlich würde ich euch hier aber einfach eine Variante mit G-GML hintendrinieren. Ähm, es gibt übrigens hier auch schon eine unzensierte Lama 2 Variante. Naja, ähm, hier, genau. Also zum Beispiel diese Lama 2 13b Chat-GGML. Das ist die mit 13 Milliarden Euro, die 13b-Variante von Lama 2 optimiert für Chat in dem Format G-GML. Und ihr braucht für GPT-For-All das G-G-ML-Format. Jetzt seht ihr hier wahrscheinlich, dass es G-G-ML noch nicht für die 70b-Variante gibt. Hier haben wir 70b-G-PT-Q. Das ist noch nicht vereinbar mit, ähm, GPT-For-All. Alle anderen gibt es, glaube ich, schon in G-G-ML. Also das ist G-G-ML, das ist G-G-ML, das ist G-G-ML. Und ich habe jetzt tatsächlich einfach mal die, äh, 7b-Variante hier als G-G-ML runtergeladen und eingebettet. Wichtig ist, dass ihr es in den richtigen Ordner runterladet. Also wenn wir hier einmal auf das, äh, welche Variante habe ich denn genommen? Ich glaube, ich habe die hier genommen. Ähm, hier drauf, das ist sogar die, die offen ist noch. Dann gehen wir hier auf Files and Versions und dann sehen wir hier, aha, wir haben sehr, sehr viele hiervon. Ähm, und eine davon können wir einfach mal runterladen. Ich habe die, ähm, G-G-ML V3 Q2K.Binary runtergeladen. Das ist Q2K.Binary, das ist die hier oben. Und die habe ich hier vorne einfach runtergeladen und dann hier reingeladen. So, jetzt wie lade ich die hier rein? Naja, ganz einfach, wir müssen dieses Modell in den richtigen Ordner runterladen. Das heißt, wir kopieren uns diesen Ordner hier einfach mit Strgung C. Und gehen in den Explorer und zwar hier rein. Und hier rein müssen wir dann dieses Netz runterladen. Die hier könnte ich eigentlich mal löschen, die sind incomplete. So, ähm, und dann sehen wir hier, aha, hier liegt einfach genau die Datei, die hier auf Hugging Face hochgeladen wurde. Genau diese Datei, lama2, 7b, G-G-ML V3 Q2K, was auch immer das heißen mag, Punkt Binary, liegt hier. So, wenn ich dann hier drüben einfach auf Reload klicke, also diesen Neuladen-Button, dann sollte die hier erscheinen und dann könnt ihr die auch benutzen. Hi, Lama. Ähm, oh, ja, vielleicht soll ich eine andere Frage stellen. So, und ja, ich habe jetzt einfach mal gefragt, was ist das beste Offering in Dead by Daylight? Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt. Sollte ich mal wieder streamen, ist mir vorhin mal eingefallen. Ähm, ja, wer mich noch nicht übrigens auf Twitch erfolgt, kann da gerne mal vorbeigucken, an der Stelle Schleichwerbung. Okay, und dann haben wir hier das beste Offering für einen Menschen, was schon mal weird ist, weil sie eigentlich Survivor heißen. Eins mit dem höchsten Wert oder eins mit dem niedrigsten Preis. Danke, Sherlock. Naja, es ist halt, ne, es ist halt das 7b-Netz. Es ist jetzt halt nicht das krasseste. So, ähm, das ist die eine Variante. Wie gesagt, die geht für 70b noch nicht, äh, und für 13b ging sie, glaube ich, gestern noch nicht. Wenn wir uns das nochmal angucken. Hier, ich habe das gestern Morgen gemacht und die 13b-Chat kam gestern Morgen erst online. Das heißt, ihr könnt die jetzt direkt verrenten, Version 1.2 sogar. Ne, halt, das ist so gesagt. Genau, also, ne, testet's aus. Bleibt da dabei. Die 70b wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen hier reinkommen, bin ich mir relativ sicher. So, jetzt gibt es allerdings noch eine zweite Variante und das ist diese, ähm, Text Generation Web UI. Ich weiß nicht genau, ob man das braucht, ähm, aber sie wollen das werden, was, äh, die Web UI für Stable Diffusion ist. Und es läuft im Browser natürlich nicht als separate Anwendung. Man kann hier auch mehrere Modelle reinpacken, ne, und, ähm, man hat hier mehrere Parameter, die man einstellen kann. Was super, super hilfreich ist, gerade bei der Temperatur oder Top-P, Top-K-Werte, die kann man eben bei ChatGPT zum Beispiel nicht einstellen. Damit kann man nochmal bessere Ergebnisse bekommen, ist aber alles nochmal ein eigenes Tutorial, wie man diese Parameter einstellt. Und kann man grundsätzlich auch hier drin machen, ähm, in GPT-for-All, beziehungsweise dann natürlich im Python-Code. Und GPT-for-All, ich hatte dazu auch ein Tutorial gemacht, kann man auch in Python verwenden. Das heißt, so kann man dann auch Lama 2 relativ problemlosen Python verwenden, weil man den Loader von GPT-for-All nutzen kann. Okay, aber diese Web-UI findet ihr hier. Das ist die, äh, Uber-Booger Text-Generation-Web-UI. Und das ist im Endeffekt genau das, was wir hier gerade haben. Sie sagen auch, sie wollen eben Stable-Diffusion-Web-UI für Text werden. Ähm, und ja, ihr könnt das Ding einfach runterladen. Ich würde euch allerdings hier die One-Click-Installers empfehlen, weil die ein bisschen komplizierter sind. Also hier gerade die Abhängigkeiten, wenn ihr noch nie mit Python gearbeitet habt, holt euch die zip-Datei jeweils, entpackt die und los geht's. Ich traue euch zu, dass ihr das schafft. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Ähm, und dann habt ihr die Möglichkeit, hier einfach in der Konsole, also eben, ich mach das nochmal kurz für euch. Ähm, wir gehen hier einmal auf die Text-Generation-Web-UI, drücken Großschreiben rechtsklick, öffnen PowerShell-Fenster und schreiben hier einfach pi-3.10, das ist meine Python-Version, ähm, .backslash-server.py, beziehungsweise, wenn ihr es nach diesem Setup hier macht, dann könnt ihr einfach hier euch die, ähm, Anleitung durchlesen. Das ist eigentlich kein großes Problem. Damit bekommt ihr dann diese Web-UI und hier könnt ihr dann grundsätzlich Input-Output machen, ähm, aber ihr müsst natürlich das Modell hier laden können. Und ja, hier kann ich auch jetzt GPT-Q laden, also die Safe-Tensors-Datei. Safe-Tensor ist ein Speicherformat für vortrainierte Modelle. Ich lade das dann mit X-Lama, ähm, und versuche das zu laden, aber das Problem ist, wie gesagt, dass mein System hier, und jetzt fange ich wahrscheinlich gleich an zu laggen. Ja, das wird eine Weile dauern. Okay, ähm, wie wir hier sehen können, wie wir noch nicht sehen können. So, einfach gar keinen Bock, es ist direkt abgestürzt, weil es einfach zu krass ist. Also das wird alles noch weiterentwickelt. Ich bin relativ sicher, dass wir hier in dieser Text-Generation Web-UI werden wir relativ bald eine Möglichkeit finden, diese ganzen Modelle sehr leicht da reinzuladen. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, also auch ohne diese ganzen Abstürze, ne, da sind schon jetzt 461 Issues genannt. Also Fehler, die noch behoben werden müssen. Das ist alles in der Mache. Und auch bei GPT4All wird wahrscheinlich relativ bald dann eben Lama 2 in allen Geschmacksrichtungen verfügbar sein, einfach im Download-Manager. Für die, die es, wie gesagt, eilig haben, ihr könnt auch diese einzelnen Modelle da reinladen und sie dann verwenden. Gut, ähm, ja, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr müsst euch jetzt nicht mit den ganzen Feinheiten von Lama 2 runterladen, dann irgendwie selber in Python-Laden verwenden. Braucht ihr nicht machen. Nutzt die Libraries, die wir haben und lasst andere Menschen, die für euch weiterentwickeln, weil die sind natürlich Aufwand zum Weiterentwickeln. Gut, und ja, ganz viel Spaß dabei und schreibt mir, wenn ihr irgendwas dazu rausfindet, was ich noch nicht vorgestellt habe. Oder irgendwelche anderen Tools findet, die ich vorstellen sollte. Oder grundsätzlich irgendwelche Fragen oder Anregungen habt. Ich wünsche euch was Schönes und bis zum nächsten Mal. Ciao.